Süßes, sonst gibt's Aures. Bitte kommt herein. Fünf kleine Monster sprangen auf dem Bett. Einer fiel runter und stieß sich den Kopf. Mama rief den Zombie und dieser sagte dann, Keine Monster mehr auf dem Bett. Vier kleine Monster sprangen auf dem Bett. Einer fiel runter und stieß sich den Kopf. Mama rief den Vampir und dieser meinte nur, Keine Monster mehr auf dem Bett. Drei kleine Monster sprangen auf dem Bett. Einer fiel runter und stieß sich den Kopf. Mama rief die Hexe und diese meinte nur, Keine Monster mehr auf dem Bett. Zwei kleine Monster sprangen auf dem Bett. Einer fiel runter und stieß sich den Kopf. Mama rief das Gelett und dieses meinte nur, Keine Monster mehr auf dem Bett. Ein kleines Monster sprang auf dem Bett. Er fiel herunter und stieß sich den Kopf. Mama rief den Geist und dieser meinte nur, Alle Monster zurück ins Bett. Gelächות. Ja, ich zweier podeh. Alle anderes misst fala. Zie ich jetzt nicht mehr, Junge, Deine Guillermo, στην Dureira, Vielen Dank.